Das Besondere für mich hier zu arbeiten ist, dass die mich hier einfach aufgenommen haben, dass auch ein Mensch mit einer Einschränkung, die keine Klassifizierung sagt jetzt mal, hier zu arbeiten. Und das finde ich auch super, dass das geklappt hat. Das macht mir auch viel Spaß, hier zu arbeiten. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich den Schritt gewagt habe, von der Werkstatt hier hin zum Haus und Arbeitsplatz zu kommen. Und dass ich hier angekommen bin und dass ich hier aufgenommen wurde. Dass ich hier empfangen wurde, dass ich hier eingelebt wurde. Anfangs war sie erstmal sehr zurückhaltend. Man hat ja angemerkt, dass sie auch Angst hatte. Letztendlich haben wir ihr diese Angst weggenommen, sodass sie sich super stark entwickelt hat. Und gar nicht mehr wegzudenken von unserem Team aus. Das finde ich auch sehr gut, dass ich das so bezeichnen kann als zweite Familie. Das ist für mich persönlich auch ein Erfolg. Das motiviert mich, macht mich auch stolz. Ich würde es immer wieder gerne machen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt gegenüber auch anderen Unternehmen, dass man das irgendwie flächendeckend gestalten kann. Dass jeder Mensch schon verdient hat. Und das ist das, was für Sie wissen. proszę auch so Palm haben. Und ich bin sehr gut davon. exp OP das ist was für Sie. Zentfer paired.